Der leicht zu übersehende Einstieg beim Dorf Kiteim. Untertitelung des ZDF, 2020 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 An wenigen Stellen gibt es etwas Schatten. An wenigen Stellen gibt es etwas Schatten. An wenigen Stellen gibt es einen Schatten. An wenigen Stellen gibt es einen Schatten. Wir gehen hier unter dramatisch überhängenden Klippen. An wenigen Stellen gibt es einen Schatten. Die Steinhäuser des verlassenen Dorfs. An wenigen Stellen gibt es einen Schatten. An wenigen Stellen gibt es einen Schatten. Am Tourenende tropft das Wasser von den Felsen. Wer die nasse und rutschige Passage überwindet, kann noch zu einem Wasserreservoir weiter wandern. Wir machen uns wieder auf den Rückweg. Wir brauchen noch ein Schatten. Er hat den Schatten sogar noch einen Schatten. Denn keine Schatten, da gehen wir nach links. Wenn wir das an schatten, dann haben wir jetzt eine Schatten. Das ist eine Schatten. Aber ich kann nicht vorgehalten können, ob eine Schatten wird so schnell nicht gelesen. Hier ist eine Schatten. Ein Schatten, das ist eine Schatten, wenn es sich in eine Schatten strengen kann. Wir müssen wiederholen. Also gehen wir das Schatten zur Felsen aus. Es ist ein Schatten. Sehen können wir die Schatten haben. Das war's für heute. Vielen Dank.